Ja, Mahlzeit miteinander, dies ist eine kleine Ankündigung. Ich wurde interviewt von Roman Kaspersky zum Thema Utopia-Dystopia, also zum Thema Utopien-Dystopien. Insbesondere natürlich mit meiner Perspektive als Soziologe und Historiker. Das heißt, es gibt einen historischen Abriss über die Entwicklung der Idee von Utopien und Dystopien in den diversen Bereichen. Und das Video hangelt sich dann bis in die Gegenwart hinein. Es ist ja ein Thema, das sehr aktuell ist, wie mir persönlich scheint. Wobei für viele in Deutschland das zunächst einmal wahrscheinlich etwas seltsam erscheint, gerade den etwas Älteren. Denn in den, sagen wir mal, 70er, 80er, 90er und vermutlich auch Nullerjahren waren ja gerade die Menschen in der Bundesrepublik der Vorstellung von Utopien und auch von Dystopien eigentlich sehr fern. Dystopien kannten wir nur aus Science-Fiction. Utopien hatten wir als etwas Überwundenes der Vergangenheit betrachtet. Aber in Zeiten der Klimabewegung, der Massenzuwanderung und der Corona-Krise, glaube ich, ist das Thema Utopie und Dystopie ein hochaktuelles Thema. Und deswegen verweise ich darauf, als Mini-Spoiler sei mir gestattet, zu sagen, es ist ja so, dass eine Utopie ist ja oft das andere Dystopie. Das ist ja oft nur eine Frage der Perspektive. Und gerade das sehen wir in unserer Zeit. Das aufzuarbeiten in einem Interview und ist auch der Titel des Kanals Dystopia Utopia, in dem Roman Kaspersky vorhat, noch mit weiteren Leuten Interviews über dieses Thema wohl zu machen, wenn ich es richtig verstanden habe. Es ist also Teil auch einer Serie, einer Reihe auf diesem Kanal. Und es gibt eine Live-Premiere. Wann die losgeht, weiß ich nicht. Die müsste heute sein, also es wird wohl heute sein. Ich habe es gerade noch mal auf dem Schirm. Es ist zwar hier angekündigt, die Premiere startet gleich. 16.55 Uhr, das ist jetzt 17.49 Uhr, natürlich schon noch einiges vorbei. Also ich kann sagen, das liegt mithin auch daran, dass das Upload eine ganze Zeit dauert. Internetgeschwindigkeit ist halt hier in Deutschland immer noch so ein bisschen, naja, nicht so wie man sich das vielleicht wünscht. Jedenfalls schlage ich euch das vor, da mal reinzusehen. Ich werde mit Sicherheit auch mal aufschlagen im Live-Chat, der dabei läuft. Und ich habe dieses Gespräch auch sehr gerne geführt oder dieses Interview auch sehr gerne geführt, da es durchaus ein Themenbereich ist, mit dem ich mich etwas beschäftigt habe. und hoffe, wenn euch das interessiert, dass ihr da mal reinschaut. Vielen Dank. Vielen Dank.